Was kann jeder ganz praktisch tun, um Serendipität zu kultivieren? Im Management 50 Prozent der Ergebnisse sind so schön unerklärliche Varianz. Für Führungskräfte und Wissenschaftler muss das ja eigentlich zunächst erstmal so was klingen wie eine narzisstische Kränkung. Denn eigentlich haben sie nur die Hälfte des Erfolgs wirklich verdient und die andere Hälfte ist eigentlich Zufall. Serendipität bezeichnet eine zufällige Beobachtung von etwas ursprünglich Nichtgesuchtem, das sich als neue überraschende Entdeckung erweist. Es betont eine darüber hinausgehende intelligente Schlussfolgerung oder Findigkeit. Das kann man ja eigentlich nicht dauernd machen, das kostet ja Energie. Und positiver Zufall, der zeigt sich ja zunächst erstmal nicht offensichtlich. Also die Frage ist so ein bisschen, finde ich, wie kann man eigentlich so einen Blick entwickeln, dass man sagt, wo lohnt es sich Probebohrungen anzusetzen und wo tendenziell weniger? Mit Corona haben wir das alle wirklich ganz stark gemerkt, wie wir von Zufällen abhängig sind und wie sich die Welt auch massiv schnell verändern kann. Also von dem, was man sonst so in der Führungswelt oder in der Führungssprache nutzt, ist das nochmal wirklich jedem sehr, sehr deutlich geworden. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen. Und wir wollen heute in ein Thema eintauchen, das uns immer wieder beschäftigt. Wir leben ja in einer Welt des Umbruchs, dieser disruptiven Veränderungen. Mega-Threads, würde der Ökonom Nouriel Roubini dazu sagen. Also keiner weiß mehr, was morgen ist. Wir leben wie vielleicht nie zuvor in einer Zeit der Ungewissheit. Wir sehen uns konfrontiert mit Zufällen, auf die wir keinen Einfluss haben, die aber eben großen Einfluss auf uns und auf unser Leben haben. Ich finde das immer so ganz gut, dieses Bild, das ist so wie auf Eisschollen laufen. Und das ist eine rutschige Angelegenheit. Ja, es ist irgendwie eklig und man weiß nicht, wohin die rutschen. Und ja, also gerade in dieser Zeit der Polykrise, der Unsicherheit und der Ungewissheit, ist es ja umso entscheidender, wie wir uns selbst durch diese Zufälle navigieren und führen. Wir haben diese große Frage ja schon unter dem Thema Selbstfürsorge einmal diskutiert, Anfang des Jahres. Und damals haben wir uns ja gefragt, wie bleiben wir eigentlich in der Kraft? Und dann haben wir das Thema ja auch nochmal unter dem Begriff Selbstführung angesprochen, vor genau einem Jahr, Ostern 2022. Und uns so ein bisschen die Frage gestellt, wie können wir eigentlich unser Gehirn als Verbündeten nutzen, um uns in der Krise zu stärken? Ja, und heute haben wir wieder ein super spannendes Thema. Denn es kann uns inspirieren, ganz anders als gewohnt über Ungewissheit und Unsicherheit nachzudenken. Wir wollen über den Zufall sprechen und wie wir damit umgehen im positiven Sinne. Und das ist ja eine neue Perspektive so ein bisschen, denn oft fürchten wir ja den Zufall. Also wir fürchten ja das Unerwartete. Und wir stellen uns heute die Frage, wie können wir eigentlich auch mit einer ganz anderen Sicht auf Zufall schauen? Also wie können wir lernen, dass unerwartete Ereignisse eigentlich Dinge sind, die wir nutzen können, anstatt daran zu verzweifeln? Und unser heutiger Gast, auf den wir uns sehr freuen, hat dafür einen sehr schönen Begriff geprägt, nämlich den Begriff der kreativen Verzweiflung. Das klingt zwar paradox, aber genau das macht es ja spannend, um da mal ein bisschen tiefer reinzugucken. Wir freuen uns also ganz besonders, dass Christian Busch heute bei uns ist. Professor Christian Busch ist Direktor des Global Economy Programms an der New York University. Und er lehrt ebenso an der London School of Economics. Und ja, also in der letzten Zeit ist er, das haben Sie sicherlich auch mitbekommen, vielfach in den Medien mit seinem neuen Buch, das gerade auf Deutsch erschienen ist, Erfolgsfaktor Zufall. Und schon mit seinem hochgelobten Buch The Serendipity Mindset, die englische Version, hat er einen absoluten Bestseller gelandet. Es geht um die Erforschung einer wesentlichen Kompetenz, die wir alle entwickeln und beherrschen können. Dem, ich sag mal so, dem aktiven Glück. Also der Kompetenz, wie wir mit Zufall umgehen oder sogar wie wir Zufälle positiv schaffen, gestalten und nutzen können. Wir fragen uns also heute, wie können wir diese ganz besondere Zufallskompetenz oder Glückskompetenz entwickeln, die Kraft, die Ungewissheit als Chance zu sehen und zu nutzen. Und diese Frage möchten wir genauer beleuchten mit unserem Gast. Deswegen freuen wir uns sehr, Christian Busch zu begrüßen. Hallo Christian. Hallo, freut mich hier zu sein. Erklär mal kurz, warum du Deutsch sprichst. Das ist ja vielleicht angesichts der Universitäten, an denen du lehrst, ein bisschen ungewöhnlich auf den ersten Blick. Ja, ich bin in Bergeschlattbach geboren, in Heidelberg aufgewachsen und nach dem Abitur hat mich es dann in die Ferne gezogen. Wir freuen uns ganz besonders, dass Christian heute bei uns ist, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Aber zum nächsten Mal vor allen Dingen deswegen, weil diese Folge, die wir heute senden, ein perfektes Beispiel dafür ist, dass Christian recht hat. Dass es Serendipität oder glücklich den Zufall gibt. Denn vor ein paar Monaten hat uns ein Manager, mit dem wir in unserem Leadership-Programm in Nairobi gearbeitet haben, ein Buch empfohlen. Und das war genau das Buch von Christian, das Buch Serendipity Mindset und hat uns gesagt, der Manager, mit dem wir arbeiten, der Christian Busch, den müsst ihr unbedingt mal lesen. Der beschäftigt sich genau mit den Themen, mit denen ihr euch auch beschäftigt, wie Purpose, Growth Mindset und er macht eben auch dieses Connecting the Dots. Und insofern waren wir super gespannt und sind sehr glücklich, dass Christian heute bei uns ist. Und wir sind natürlich zweitens sehr glücklich, weil er uns mit dem Wort Serendipität ein Wort gegeben hat, das eigentlich unsere Lebenshaltung und unsere Lebenserfahrung perfekt beschreibt. Ja, uns verbindet viel mit dir. Also das muss man sagen, in unserem Denken, Nachdenken und in unserer Beratungsarbeit. Also das ist wirklich schön. Genau, deswegen sind wir natürlich gespannt und wollen gleich mal zu Beginn die Frage an dich stellen, Christian. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich diesem Forschungsgegenstand gewidmet hast? Also warum forschst du zu aktivem Glück oder zu Zufall? Gab es da irgendwie einen zufälligen Auslöser? Ja, also erstmal vielen Dank. Danke, dass ihr mich hier eingeladen habt. Freut mich sehr. Also gerade weil ihr ja auch wirklich das auch sehr verkörpert, dieses Mindset. Das heißt, es freut mich natürlich sehr, dass wir uns da austauschen können. Und genau, also für mich, ich bin, wie gesagt, in Heidelberg aufgewachsen und war so ein rebellischer Teenager, von der Schule geflogen, musste ein Jahr wiederholen. Und dann habe ich das auf meinen Fahrstil auch ein bisschen übertragen. War dann eines Tages, hatte ich nicht mehr so viel Glück und bin in vier Autos reingeknallt. Alle Autos komplett kaputt, meins auch. Und ich werde nicht vergessen, der Polizist, der zum Unfallort kam, der meinte nur so, Mensch, der lebt ja noch. Und das hat sich bei mir so festgesetzt. So diese Idee, Mensch, ich hätte ja tot sein sollen. Und das hat mich auf so eine Sinnsuche gebracht. Mensch, wenn ich jetzt gestorben wäre, wer wäre zu meiner Beerdigung gekommen? Wen hätte es interessiert? Was ist alles wert? Und hatte damals größtenteils deprimierende Antworten. Und auf dieser Sinnsuche danach habe ich ein tolles Buch gelesen, Viktor Frankl's Man's Search for Meaning, also dieses Trotz dem Jahr zum Leben sagen. Und hat mich da auch sehr dann inspiriert zu verstehen, Mensch, was mir sehr viel Sinn gibt, ist, Menschen zu verknüpfen, Ideen zu verknüpfen und so die Funken, die davon kommen. Und das hat mich eben so auf die Richtung geleitet, erst als Community Builder, dann Unternehmer und später auch in die Wissenschaft. Und was ich da spannend fand, war, dass die interessantesten Leute, mit denen ich gearbeitet habe, über die ich geforscht habe, die hatten was gemeinsam. Und zwar, dass die intuitiv Serendipity kultivieren. Intuitiv haben die immer ein bisschen mehr Glück als andere. Und da war halt die Frage, Mensch, gibt es da eine Wissenschaft dahinter? Was ist es denn, was die hier machen und können wir davon lernen? Und das war eben im Prinzip, was mich dann zufällig in diese Richtung auch geschickt hat. Meistens ist das ja tatsächlich so ein privater Auslöser. Das können wir nur bestätigen, dass einen in die richtige Richtung schubst und in das Thema, was man dann mit Herz und Leidenschaft und Herzblut weiterverfolgt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann lass uns doch mal schauen, wie wir gemeinsam an dieses Thema tiefer rangehen. Und ja, ihr kennt das alle schon. Ich gehe wieder in drei Schritten vor. Es müssen drei sein. Es müssen in jedem Fall immer drei sein. Der erste Schritt wäre, lasst uns doch mal mit einer Begriffsdefinition starten. Also was ist Serendipität und warum ist das Wissen darum so wichtig? Die zweite Frage wäre, was sind denn Kernelemente von Serendipität? Also welche Grundeinstellungen brauchen wir, um diese Zufallskompetenz, kann man es ja nennen, zu kultivieren? Und die dritte Frage wäre, wie können wir alle den Zufall nutzen? Also was müssen wir eigentlich können und ganz konkret tun, damit wir den Zufall nutzen können? Also, los geht's! Die erste Frage, was ist Serendipität und warum ist das Wissen darum so wichtig? Christian, hilf uns! Gerne. Ja, bei Serendipität geht es im Prinzip darum zu sagen, hey, es geht um aktives Glück. Also es ist komplett anders als passives Glück. Passives Glück ist ja Geburtslotterie, solche Dinge, die man sich nicht aussuchen kann, die führen oftmals zu sozialer Ungleichheit. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite, wie gehen wir mit Zufällen um und was machen wir mit Zufällen, was im Prinzip dann manche Leute auch ein bisschen glückspilziger macht als andere. Also zum Beispiel, stellt euch vor, ihr seid in einem Café und ihr habt erratische Handbewegungen, wie ich sie so habe und verschüttet auf einmal einen Kaffee aus Versehen auf die Person neben euch. Und die Person guckt euch ganz böse an, aber ihr habt so das Gefühl, da könnte was sein. Ihr wisst nicht genau was, aber ihr habt so das Gefühl und jetzt habt ihr einige Optionen. Eine Option ist, ihr sagt nur, ach, tut mir leid, geht raus und denkt euch, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Option zwei, ihr fangt eine Konversation an und es wird die Liebe eures Lebens oder eure Mitgründerin. Der Punkt ist, wie wir mit dem Zufall umgehen, hat dann ja eine riesige Auswirkung darauf, was später passiert. Und das ist halt das Spannende, dass wir oftmals dann, beispielsweise, wir arbeiten viel mit Führungskräften, die oftmals dann sagen, ja, das war ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dass ich den und den Job gekriegt habe oder dass ich die und die Innovationen da hingekommen habe und so weiter. Ja, aber du hattest ein Mindset, was es wahrscheinlicher gemacht hat, dass du diesen Zufall gesehen hast und was damit gemacht hast. Ja, du hast das ganz gut formuliert, finde ich, du hast mal geschrieben, viele der erfolgreichsten Menschen sind bewusst oder unbewusst in der Lage, den Zufall aktiv für sich zu nutzen. Darum geht es. Genau und auch in Unternehmen, also wenn ihr, ein anderes Beispiel vielleicht im Unternehmen ist die Kartoffelwaschmaschine. Eines meiner absoluten Lieblingsbeispiele, weil es eben zeigt, wie vieles darauf ankommt, auf unser eigenes Mindset, aber eben auch auf die Kultur des Unternehmens. Also bei der Kartoffelwaschmaschine vor ein paar Jahren haben Bauern angerufen bei einem Haushaltsgerätehersteller in China und haben gesagt, hey, eure blöde Waschmaschine geht kaputt. Warum geht die kaputt? Ja, wir probieren, unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise machen? Würden wahrscheinlich sagen, wasch bloß deine Kartoffeln nicht in der Waschmaschine. Unser Plan, unser Marketingplan sagt, dass du deine Kleider da drin waschen solltest. Was haben die gemacht? Genau das Gegenteil. Haben gesagt, okay, das ist unerwartet, aber gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in China und in der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Und so wurde es eines der Produkte. Der Punkt ist der jetzt, wenn du eine Organisation hast beispielsweise, wo jemand so eine unerwartete Idee hat, aber da wird nicht rein investiert oder es passiert nichts, dann könnte Serendivität passieren oder es hätte passieren können, aber es ist nicht passiert. Und das passiert ja oftmals dann auch vor allem in Organisationen, dass oftmals Serendivität hätte passieren können, aber es passiert nicht, weil es eben nicht aufgenommen wird. Also das Coole ist ja, ich meine, ich habe Serendivität mit dem Wort bin ich vorher wirklich tatsächlich nicht umgegangen. Und was tut man dann natürlich? Ich gucke Wikipedia an. Und Wikipedia hat eigentlich eine echt tolle Formulierung. Wikipedia sagt, Serendivität bezeichnet eine zufällige Beobachtung von etwas ursprünglich nicht Gesuchtem, das sich als neue überraschende Entdeckung erweist. Es betont eine darüber hinausgehende intelligente Schlussfolgerung oder Findigkeit. Ist das nicht eine schöne Formulierung? Es ist spannend, weil das erinnert mich, also wir haben vor kurzem so ein etwas akademisches Paper geschrieben, wo im Prinzip wir probiert haben herauszufinden, was sind denn so die Charakteristiken von Serendipität, von Serendipity, die es eben unterschiedlich machen von beispielsweise blindem Glück. Und einer der Kernfaktoren war genau das, was diese Definition auch schön sagt, dass es ja um Überraschung geht, dass es ja sehr subjektiv ist. Nassim Taleb hat es immer schön gesagt, dass Thanksgiving beispielsweise ist überraschend für das Turkey, aber nicht für den Metzger. Und das ist ja, worum es oftmals geht, dass es eine sehr subjektive Wahrnehmung ist. Und da gibt es ja diese ganzen Gedankenexperimente. Also beispielsweise ein Gedankenexperiment ist, wo man Leute nimmt, die sich als glücklich bezeichnen, Leute als unglücklich. Und dann sagen sie, stellt euch vor, es kommt ein Bankräuber in die Bank rein. Und hoffentlich passiert es natürlich nie, aber stellt euch vor, es passiert, kommt in die Bank rein und es fällt ein Schuss. Und der Schuss, der streift euch so ein bisschen an der Schulter. Nichts Großes passiert, aber er streift euch an der Schulter. Wie denkt ihr darüber? Wie interpretiert ihr die Situation? Und jetzt ein Glückspilz würde sagen, Mensch, Gott sei Dank, habe ich überlebt, hätte ja viel schlimmer kommen können. Und ich bin ein Glückspilz, dass ich da so gut rausgekommen bin. Pechvogel würde sagen, ach Mensch, ist so unfair, dass ich die einzige Person bin, die hier angeschossen wurde. Das ist die Story meines Lebens, die Geschichte meines Lebens, dass ich immer der Einzige bin, der hier Pech hat. Und das Spannende ist, das ist ja oftmals auch eine Interpretationsfrage, wie wir verschiedene Situationen wahrnehmen und was wir dann damit machen. Und ich denke, diese Wikipedia-Definition bringt es ja so ein bisschen raus, dieses Überraschungselement. Ja, das finde ich auch, die Überraschung. Und es hat ja zwei Elemente. Einmal diese zufällige Beobachtung oder überraschende Beobachtung. Und gleichzeitig aber auch die Leistung, die ich tun muss, damit ich etwas finde, damit ich etwas Neues daraus kreiere. Diese intelligente Schlussfolgerung. Also ich muss etwas tun, damit es tatsächlich sich auch in eine andere Richtung dreht. Das ist ein kreativer Akt eigentlich, ne? Und das ist ja das Spannende, also wenn man das Beispiel der Kartoffelwaschmaschine nimmt, das ist ja wirklich so dieses Connecting the Dots. Man muss eine Verknüpfung herstellen, irgendwie dem Unfall quasi Sinn geben. Und wenn etwas Zufälliges passiert, oftmals kann man das ja wahrnehmen als, da ist etwas schief gelaufen, da ist irgendwas, was nicht geklappt hat. Der Kunde hat nicht verstanden, wie sie meine Waschmaschine benutzen sollten. Man kann das so wahrnehmen, dann ist es im Prinzip, das ist ein Fehler, okay, dann wird es als Fehler wahrgenommen. Oder man nimmt es wahr als, oh wow, das könnte ein neuer Markt für uns sein. Hey, lass uns die Punkte verknüpfen, eine neue Waschmaschine herstellen und das machen. Und das ist ja das Spannende, wenn man wirklich zurückgeht im Leben und sich überlegt, was waren denn die Momente im Leben, wo Serendipität wirklich passiert ist. Dass man eben dieses aktive Element, man musste dann im Prinzip, wenn man die potenzielle Liebe des Lebens im Café getroffen hat, jetzt trotzdem noch eine Konversation haben, den nächsten Schritt gehen. Also es ist immer noch so ein bisschen so dieses Element, was machen wir damit? Ja und es erfordert natürlich von uns zunächst erstmal auch ein fundamentales Umdenken überhaupt in unserem Verständnis von Zufall. Denn eigentlich sind wir Menschen ja eigentlich so geprägt, dass wir sagen, Zufall ist eigentlich etwas, was wir immer versucht haben, irgendwie aus der Welt zu verbannen. Also im religiösen Weltbild irgendwie Mythen, also nach dem Motto Blitzschlag ist kein Zufall, sondern Zeus hat gezürmt. Also Zufall gibt es nicht. Oder im wissenschaftlichen Weltbild irgendwie kein Zufall, sondern rationale Methode. Also wir haben ja immer irgendwie versucht zu sagen, Zufall hat eigentlich keinen Platz in unserem Leben. Aber man muss ihn irgendwie versuchen, er zu auszumerzen in irgendeiner Art und Weise. Und da schaust du ja ganz anders drauf. Und das ist ja das Spannende. Also wir haben beispielsweise vor kurzem eine Studie gemacht unter den erfolgreichsten CEOs von großen Unternehmen und haben probiert zu verstehen, was macht die denn erfolgreich? Und eines der Kernmuster, was dabei rauskam, war, dass die extrem gut sind, das Unerwartete, den Zufall mit in die Planung reinzunehmen. Weil genau zu deinem Punkt sie sagen, ja, wir können so tun, als ob es den Zufall nicht gibt und so tun, als ob wir alles wissen, als ob wir alles können. Oder wir können im Prinzip sagen, hey, ich kann euch Klarheit geben, aber ich kann euch nicht Gewissheit geben. Weil in einer Welt, die sich so schnell verändert, geht es eben eher darum zu sagen, wir müssen wissen, wo es hingeht. Aber wir müssen auch anpassen, wie genau da wir hinkommen. Was heißt das? Beispiel Mastercard, Ajay Banga damals, der CEO damals bei Mastercard, der hat was gesagt wie, hey, ich will 500 Millionen Leute, die vorher nicht im Finanzsystem waren, ins Finanzsystem reinholen. Das ist unser Nordstern, das geht jetzt in unseren Purpose rein, da wollen wir hin. Ja, das bringt Leute zusammen, das zeigt uns, welche Prioritäten wir haben. Hier ist eine Strategie, hier ist ein Timeplan. Aber ich sage euch jetzt schon, dass wenn Hilda in Hildesheim uns sagt, dass das bei ihr nicht klappt, dass die Strategie bei ihr nicht läuft, dann werden wir es anpassen und das ist Teil des Plans. Und was dann passiert ist, dann legitimisiert man eben den Zufall als etwas, das nicht nur so, hey, das zerstört unseren Plan, das müssen wir minimieren, sondern, hey, nein, der Zufall kann eine tolle Quelle sein von Kartoffelwaschmaschinen, von der Liebe unseres Lebens, von Inventionen. Und da gibt es ja ganz einfache Wege, also beispielsweise eine meiner Lieblingsstrategien da ist, einfach zu sagen, im wöchentlichen Meeting einfach mal fragen, was hat euch letzte Woche überrascht? Ganz einfache Frage, aber wenn man die Frage stellt, dann sagen Leute, hey Mensch, hat mich überrascht, dass unsere Kunden unser Produkt ganz anders benutzen. Hey, hat mich überrascht, dass unser HR, die Incentives eigentlich überhaupt nicht funktionieren. Dann im Prinzip, dann sieht man zufälligerweise diese ganzen Sachen, weil man Leuten auch die Power gibt, das zu identifizieren und als positiv zu sehen. Also du sagst, ich meine, wir leben ja in einer Welt der Zufälle und diese VUCA-Welt, also volatil, unvorhersehbar, komplex und ambig, also vieldeutig, die ist ja nun mal Realität und wir sind ständig dem Zufall ausgeliefert. Aber eigentlich muss uns der Zufall gar keine Angst machen, sondern wir müssen ihn einfach mit in das Denken positiv integrieren und das als Kraft nutzen. Und das Spannende ist ja genau zu dem Punkt, dass wir oftmals das Negativ-Unerwartete in unserer Planung ja ein bisschen mit aufnehmen. Also beispielsweise, wenn man bei Grün über die Ampel geht, guckt man ja trotzdem oft noch rechts und links, ob vielleicht doch unerwarteterweise einer bei Rot rüberfährt. Warum machen wir nicht das Gleiche fürs Positiv-Unerwartete? Und da ist eines meiner Lieblingsexperimente, also da haben sie Leute genommen, die sich als glücklich bezeichnen, Leute, die sich als Pechvogel bezeichnen, haben einen von beiden Gruppen genommen jeweils und haben gesagt, geh die Straße runter, geh ins Café, setz dich hin und dann werden wir unser Interview haben. Was sie ihnen nicht gesagt haben, ist, dass da versteckte Kameras sind, ganze Straße runter, im Café drin, vor dem Café liegt ein Geldschein und im Café drin sitzt so ein toller Businessman, der kann riesige Ideen verwirklichen. Glückspilz, geht die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, die haben eine Kompensation, geben sich ihre Visitenkarten, potenziell kommt eine Möglichkeit daraus, das wissen wir nicht. Pechvogel, geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt einfach drüber, geht ins Café rein, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann, das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, Mensch, wie war denn dein Tag heute? Glückspilz sagt, ja, war super, hab Geld auf der Straße gefunden, hab einen neuen, tollen Menschen kennengelernt und potenziell eine neue Möglichkeit. Pechvogel sagt nur, ja, ist ja nichts passiert heute. Die Einstellung zum Leben, wie wir aufs Leben schauen, ob wir das positiv Unerwartete in Konversationen oder sprichwörtlich auf der Straße sehen, macht es wahrscheinlicher, ob wir dann eben auch solche Sachen sehen können. Da kommen wir gleich noch in Extenso zu. Also der Punkt ist, den wir hier festhalten wollen, ist ja, dass der Zufall ganz offensichtlich auch eine große Rolle im Positiven stellt. Also anders als wir denken, eben nicht nur negativ als Gefahr, sondern eben auch positiv als Gelegenheit. Das ist ja, was du gerade auch skizziert hast. Und was ich faszinierend fand in deinem Buch, was diese Beispiel, dass du sagst, eigentlich in der Wissenschaft sind 30 bis 50 Prozent der großen wissenschaftlichen Durchbrüche das Ergebnis von Zufall. Oder auch im Management 50 Prozent der Ergebnisse sind so schön unerklärliche Varianz. Für Führungskräfte und Wissenschaftler muss das ja eigentlich zunächst erstmal sowas klingen wie eine narzisstische Kränkung. Denn eigentlich haben sie nur die Hälfte des Erfolgs wirklich verdient und die andere Hälfte ist eigentlich Zufall. Oder basiert das eigentlich auf dieser Zufallskompetenz, diese unerklärliche Varianz? Ja, das Spannende ist ja immer, dass wenn du ein CEO bist, der so ins Boardmeeting reinkommt, du willst dir ja sagen können, ich habe das geplant und dann ist genau das passiert. Also ich bin genau von A nach B gegangen und ist alles immer linear verlaufen. Und wir alle wissen, dass es so ja nicht ist, dass es eher so wie ein Kringel ist. Man hat einen Plan und dann gibt es halt ein paar Anpassungen nach und nach. Und das Spannende ist halt, dass oftmals natürlich da so eine Kontrollillusion ist. So diese Idee, wir können alle Variablen kontrollieren. Wir wissen genau, wie die Welt aussehen wird in fünf Jahren. Und dann passiert Covid und jeder ist, ach Mensch, hey, das haben wir nicht kommen sehen. Und das war ja auch das Spannende mit Covid, dass das im Prinzip so vielen Menschen, glaube ich, auch richtig heftig so diese Idee gegeben hat. Mensch, vielleicht kann ich doch nicht so viel kontrollieren, wie ich dachte, dass ich kontrollieren kann. Und auch so ein Aufwachmoment, Mensch, es sind zwar oftmals ja die kleinen Momente im Leben, die zufällig sind, aber es können eben auch die großen Momente im Leben sein. Und ich denke, das ist halt das Spannende, was, glaube ich, Covid uns auch gezeigt hat. So diese Idee, aus Notwendigkeit heraus müssen wir diese Zukunftskompetenz bauen. Das ist ja beispielsweise vor allem so fast-moving Consumer Goods. Wenn man da Predictions macht, dass da die oftmals eben falsch sind, weil Märkte sich halt so schnell verändern. Oder ich bin ein riesiger Fan. Ich gucke immer beim Economist. Economist-Magazin macht ja einmal im Jahr so eine Prognose, da machen sie diese ganzen Jahresprognosen und viele von denen sind ja immer falsch. Und das ist halt immer spannend, weil es eben genau das ist. Man macht ja diese ganzen Voraussagen basierend auf dem Wissen, was man heute hat und basierend auf seiner eigenen Lebenserfahrung und so weiter. Aber dann ein paar Variablen kennt man halt doch nicht. Und ich denke, was diese Arbeit halt probiert zu machen, ist zu sagen, lass uns doch einfach mal ein bisschen realistischer werden, wie das Leben wirklich läuft. Es ist nicht, dass wir alles planen können. Ich kann dir nicht immer Gewissheit geben, aber eben ich kann dir diese Klarheit geben, dass wir wissen, wo wir hinwollen, auch wenn es vielleicht dann nach und nach angepasst werden wird. Es geht ja im Grunde auch um diesen Selbstdienlichkeitsfehler. Ich meine, wie lange predigen wir schon, dass wir alle dem Selbstdienlichkeitsfehler unterliegen. Also wir überschätzen systematisch unseren Beitrag zum Erfolg, wenn wir erfolgreich waren. Aber wir unterschätzen natürlich den Beitrag zum Misserfolg, wenn es dann mal nicht so gelaufen ist. Insofern, das stimmt. Mit Corona haben wir das alle wirklich ganz stark gemerkt, wie wir von Zufällen abhängig sind und wie sich die Welt auch massiv schnell verändern kann. Also von dem, was man sonst so in der Führungswelt oder in der Führungssprache nutzt, ist das nochmal wirklich jedem sehr, sehr deutlich geworden. Und da kann man halt, glaube ich, sehr viel auch lernen von Menschen, die das schon immer so machen mussten, weil sie schon immer in absoluter Unsicherheit gelebt haben. Also beispielsweise viel unserer Forschung ist in absoluten Armutskontexten und Menschen in solchen Kontexten, jeden Tag haben die das Unerwartete. Jeden Tag passiert bei denen was, jeden Tag stirbt irgendjemand in der Familie oder die Hütte bricht zusammen oder es gibt eine Überschwemmung. Und ich denke, viele Menschen, die in solchen Situationen leben, aus Notwendigkeit heraus müssen, die konstant die Punkte verknüpfen. Die gucken sich alte Garagen an, die sehen Trainingscenter, die gucken sich ehemalige Drogendealer an und sehen jemanden. Mensch, wenn wir den als Lehrer gewinnen können, ist tolle Kreativität hier im Klassenzimmer. Also solche Sachen, denke ich, das Interessante ist, also wenn es eine der wenigen positiven Sachen, die von Covid hier kommen, ist so diese Idee. Hey Mensch, es ist auch sehr viel Innovation dabei rausgekommen, weil jetzt aus Notwendigkeit heraus wir eben sehen, wir müssen eben auch die Punkte verknüpfen. Wenn du eine Brauerei bist, die auf einmal nicht mehr Alkohol verkaufen kann, weil alle Restaurants zugemacht haben, aber du jetzt realisierst, Hey Mensch, aber ich kann dir den Alkohol benutzen, um Handdesinfektionsmittel herzustellen, bist du auf einmal eine riesige Handdesinfektionsmittelfirma. Aber so Sachen gehen halt nur, wenn du nicht so festgezurrt bist, wir müssen immer eine Brauerei sein, sondern hey, vielleicht könnten wir das sogar noch besser machen. Das erinnert mich, du hast eben über Nasim Taleb gesprochen, das ist genau, er hat ja in diesem Buch Antifragilität diesen schönen Punkt gemacht, Innovation sparks from utmost necessity. Ja, also genau dieser Punkt, wenn du in die Notwendigkeit gebracht wirst, erst dann hast du wirklich diesen Impuls, diesen Zufall für dich zu nutzen, sonst gehst du einfach gerade weiter. Genau, und es ist halt oftmals, zu genau deinem Punkt, Kai, dass oftmals in unserem Leben ja das Serendipity so nice to have sein kann. So, okay, cool, noch eine Innovation oder eine Erfindung oder die Liebe, also alles schöne Sachen einfach. Aber wenn du dann in Krisen bist, wenn du im Flugzeug bist und das Flugzeug auf einmal nicht mehr funktioniert und du bist der Pilot und du musst irgendwie rausfinden, wie kriege ich das trotzdem noch gelandet, wie dieser Charlie Sullenberger damals über dem Hudson River, in solchen Krisen zeigt sich ja dann im Prinzip die Serendipität. Und ich denke, das ist das Spannende, eben, dass Serendipität nicht nur nice to have ist, sondern in Krisenmomenten oftmals uns hilft, zu überleben. Insofern finde ich diesen Begriff und diese kreative Verzweiflung eigentlich wirklich gut, weil du musst wahrscheinlich genau in diesem tiefen Tal sein, um eigentlich auch diese Denkbarrieren zu überwinden, die du normalerweise hast, die dich einfach im normalen Modus weiterlaufen lassen. Absolut. Es ist ja wie damals schon, Peter, mit dieser Creative Destruction, diese Idee, dass im Prinzip ab und zu, da muss irgendeine gewisse Tension sein, ein gewisser Druck sein, damit du im Prinzip dann auch wieder was Neues machst. Und ich denke, ich sehe das sehr viel auch mit meinen Studis. Wenn du Studis hast, die absolut brillant sind, oftmals die brillantesten Studis sind die, die reinkommen und sagen, ah, ich habe mir das angelesen und das angelesen, aber ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Und die haben das Gefühl, Mensch, ich bin ja nicht so gut wie die anderen, weil ich noch nicht genau weiß, wo es hingeht. Aber im Gegenteil, weil die sich der Ambiguität aussetzen und diese Tension auch ein bisschen unwillentlich zulassen müssen, weil sie im Prinzip so neugierig sind, auch andere Bereiche anzulesen, dass dann im Prinzip es am Anfang sich schwieriger anfühlt, aber dann das Endprodukt komplett viel mehr original ist. Und das ist halt so das Spannende dann, dass ja aus dieser kreativen Verzweiflung dann auch die interessantesten Sachen rauskommen. Also von der schöpferischen Zerstörung von Schumpeter, die du gerade genannt hast, und auch der Ambiguität, das auszuhalten und dann auch sozusagen für sich zu nutzen, ist es ja ein kleiner Schritt noch zu der zweiten Frage. Wir haben jetzt gesehen, was Serendipität ist. Jetzt ist die Frage, ja, was brauchen wir eigentlich dafür? Was sind die wichtigsten Grundvoraussetzungen, um Serendipität tatsächlich auch zu leben? Christian, du hast ja ein sehr schönes Modell so in drei Schritten aufgezeichnet, wo du sagst so, eigentlich gibt es drei Punkte. Erstens, ich muss systematisch die Auslöser für Serendipität schaffen. Zweitens, ich muss dann in der Lage sein, so Assoziationen zu bilden, also im Grunde out of the box denken. Und das dritte ist Ausdauer üben. Aber all das basiert ja auf einer Einstellung oder einer Haltung und einem Mindset. Und damit müssen wir, glaube ich, mal beginnen, das nochmal ein bisschen tiefer zu beleuchten. Genau, erster Punkt wäre Mindset wählen. Was meinst du damit, Christian? Das Interessante ist ja, also genau zu eurem Punkt, dass Serendipity ja von zwei Quellen theoretisch kommen kann. Eine ist, dass wir selber säen, also wie man so ein Feld säht, dass man sagt, man probiert irgendwie die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass irgendwelche positiven Zufälle passieren können. Da können wir gerne nachher noch drüber reden, beispielsweise Sachen wie die Hakenstrategie, die es dann wahrscheinlicher machen, dass positive Zufälle passieren. Und zweitens eben dieses Sehen, also wirklich, wenn was Zufälliges passiert, die Möglichkeit im Moment sehen können. Wie beispielsweise da vorhin beim Kaffeehaus Beispiel, wenn man in dem Moment nur einen Fehler sieht versus wenn man eine Möglichkeit sieht, dass das eine Mitgründerin sein könnte oder dass das eine Kartoffelwaschmaschine sein könnte. Und da geht es eben sehr darum, ja, die Frage, wie können wir da unser Hirn für trainieren? Also ihr habt es ja vorhin schon angesprochen, dass es da ja auch wirklich darum geht, dass das Gehirn, es ist kein Muskel, aber es funktioniert ja dann ähnlich, wie wenn man ins Gym geht und wie, wenn man einen Muskel aufbauen würde, verschiedene Muskeln aufbauen, dass je mehr man es macht, desto mehr sich das Gehirn ja auch anpasst. Und da bin ich ein riesiger Fan beispielsweise, sich zu überlegen, okay, wie kann ich denn mich trainieren, mehr Auslöser zu sehen und mehr damit zu machen? Und da bin ich beispielsweise ein riesiger Fan von so einfachen Sachen, wie einfach mal, meine Frau macht das unglaublich gut, die ist konstant am Verknüpfen. Also wenn ihr der erzählen würdet, hey, wir haben einen Podcast und wir reden mit tollen Leaders oder so, dann würde sie sagen, hey, Mensch, ich kann euch da zwei Leute vorstellen. Oder hey, Mensch, ich habe gestern gelesen, neues Leadership-Style ist das und das, schicke ich euch gleich als Artikel. Und wenn man sich da einfach mal sagt, hey, die nächsten zehn Konversationen, die ich habe, eine Idee will ich mit reinbringen oder eine Person will ich denen vorstellen, dann nach und nach fängt man dann an, das zu automatisieren, dass man Verknüpfungen mehr und mehr sieht. Und ich denke, das ist halt das Spannende, den Prozess, den ihr erwähnt habt. Also diese Idee, dass man den Auslöser sehen muss, aber man muss dann ja auch was damit machen, dass man sich da eben dann auch trainieren kann, diesen Prozess zu beeinflussen. Ja, es gibt ja diesen schönen Satz von Louis Pasteur, Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, also diese innere Vorbereitung darauf, mehr Dinge zu sehen, einfach reichhaltiger in die Welt zu gucken und mit Möglichkeitssinn in die Welt zu gucken und eben nicht im Grunde in diesem Tunnelblick durch die Welt zu laufen. Ja, ich finde das auch. Also, weil ich meine, es geht ja eigentlich bei dem Sehen, und das finde ich eigentlich sehr gut, diesen Unterschied zwischen Sehen und Säen. Und wir bleiben nochmal bei dem Sehen. Da geht es ja tatsächlich um die Frage, wie schaue ich auf die Welt? Also ist das Glas halb voll, halb leer? Es fängt ja eigentlich schon an, wenn ich morgens aufstehe. Wir sagen immer, eigentlich können wir unsere Einstellung am Morgen wählen, genauso wie wir Kleidung auswählen, die wir anziehen, um durch den Tag zu gehen. Also sozusagen, gehe ich mit einer positiven, offenen Scheuklappen auf, Mindset durch die Welt, oder schließe ich mich ab, bin ich geschlossen? Oder bin ich, also bei uns ist das immer so ein Punkt, bin ich dankbar für die viele Arbeit, die ich machen kann, oder bin ich genervt? Indem ich dankbar bin oder mit einer Offenheit durch die Welt gehe, oder wie du sagst, mit deiner Frau, die ganz viele Verknüpfungen herstellt, schaffe ich ja wiederum viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Potenzial, sozusagen wieder in den Schritt weiter zu gehen. Ich schließe mich nicht innerlich ab. Und das ist ja auch das Spannende, dass im Prinzip, wenn man im Prinzip genau sich in jeder Situation überlegt, und da bin ich ein riesiger Fan auch von Viktor Frankl, weil es geht ja darum, wie kann ich dann vor allem Situationen, die vielleicht nicht gut laufen, wenn du jetzt morgens aufstehst und dann, keine Ahnung, kriegst du direkt einen Anruf, dass irgendwie, du musst eine halbe Stunde eher im Office sein, weil ABCD falsch gelaufen ist, wo man dann sagen könnte, ach Mensch, dieser Dös-Battle hier hat es jetzt vergeigt, und jetzt muss ich wegen dem hier eher kommen, und dann ist der ganze Tag kaputt, wenn man so dran geht, versus wenn dann vielleicht, wenn man eine halbe Stunde eher kommt und man trifft das erste Mal dann den neuen Kollegen, der von einer neuen Strategie erzählt, von dem man gar nicht wusste, und dann ist man Teil des Teams und also so Sachen, wo je nachdem, wie man dann mit solchen Momenten umgeht, ja der komplette Tag sich auch dann im Prinzip verwandelt. Und da finde ich es halt unglaublich spannend, von Viktor Frankl zu lernen, weil der hat ja damals ja die schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann, Konzentrationslager, wo im Prinzip man ja so gut, also da gibt es ja keine Hoffnung, es ist ja hoffnungslos und sinnlos. Und da hat er gesagt, okay, wenn es objektiv hier keinen Sinn gibt in dieser Situation, kann ich einen Sinn kreieren? Also beispielsweise kann ich in den nächsten Tagen noch mit Mitgefangenen sprechen, damit die sich besser fühlen, und jetzt habe ich einen Grund, morgen früh aufzustehen. Und ich denke, dieses, das habe ich bei uns gesehen, mit unseren Studis, als Covid passiert ist, wo man dann gesagt hat, okay, da sind Studis, die kommen aus China, aus Indien, aus aller Welt, sind gerade in New York angekommen, und dann geht auf einmal die ganze Stadt Lockdown. Die dürfen nicht aus ihren Apartments raus, kennen keinen hier. Und es ist ja im Prinzip, wo man sich dann auch fragt als Studiemensch, warum stehe ich denn morgen noch auf? Und da haben wir halt gesagt, okay, was können wir da lernen? Vielleicht können wir dann, habt ihr einen älteren Nachbarn, ältere Nachbarin, die vielleicht sich anstecken würde, wenn sie zum Supermarkt geht, könnte der morgens Essen bringen, jetzt habt ihr einen Grund, morgen früh aufzustehen. So Sachen, so ganz kleine Sachen, aber im Prinzip zu probieren, hey, in der Situation, was kann ich nicht kontrollieren? Und das probieren anzunehmen. Und das ist ja auch der riesige Unterschied zu dieser Toxic Positivity und diesem Ganzen, dass man, hey, alles wird gut. Nein, überhaupt nicht. Das Leben ist hart. Und wir nehmen das an und wir probieren damit umzugehen. Aber gleichzeitig sagen wir auch, okay, es gibt Sachen, die können wir nicht kontrollieren, die probieren wir anzunehmen, da probieren wir dran zu arbeiten, psychologisch vor allem auch. Aber dann gibt es eben Sachen, die wir beeinflussen können. Und wie können wir uns darauf fokussieren? Und da ist eben diese Sinn-Kreierung ja auch ein riesiger Punkt. Ja, absolut. Und ich glaube, sehr gute Beispiele, Frankel in der Situation, und auch die Corona-Situation von Studenten, weil das sind ja Extremsituationen, wo normalerweise unser Hirn eigentlich sozusagen in den Amygdala-Hijack geht, also in Angst- und Stresssituationen. Und da haben wir ja normalerweise diesen Fokus auf so ein Mindset of Lack. Ja, also wir sehen, was nicht ist. Wir sehen Risiken und Gefahren und sehen nicht die Möglichkeiten. Das ist ja zunächst erstmal wie so etwas wie ein biologischer Automatismus. Und den muss man ja bewusst überwinden. Und das ist ja auch genau dieser Punkt von Frankel, der sagt, das ist im Prinzip eine Entscheidung, die wir treffen können und müssen. Und da wird es eben spannend. Also das ist ja auch immer, nehmen wir das Beispiel von dieser halbe Stunde früher im Office, jetzt musst du dich stressen und du kannst nicht mehr duschen. und all diese ganzen Sachen, die man als negativ sehen könnte. Und wie gesagt, aber genau zu deinem Punkt, wenn man jetzt dann eben sagt, okay, ich kann es nicht mehr beeinflussen, dass ich eine halbe Stunde eher da sein muss. Ich muss jetzt einfach mal da sein eine halbe Stunde eher. Aber was kann ich denn jetzt beeinflussen? Und ich denke, das ist halt das Spannende dann, wenn man sich eben in dieses Mindset reingibt, dann ist man eben auch nicht in diesem, ich kann nichts mehr kontrollieren. Dann fühlt man sich ja auch wie, als ob man am Schwimmen ist. Man hat das Gefühl, man kann gar nichts kontrollieren. Aber wenn man eben wirklich sich darauf fokussiert, was sind die Aspekte, die ich kontrollieren kann in dieser Situation, denke, dann ist genau das, was du gerade auch gemeint hast, dass man dann eben auch so ein bisschen mehr auch einen Anker findet im Leben. Das ist ja der Mindset of Lack oder dieser, wie wir es immer sagen, dieser Defizitblick, den wir üblicherweise ja haben, sozusagen wenn wir so ein Do-Nothing-Case haben. Also sozusagen, wenn wir nichts dagegen tun, dann fallen wir ja als Menschen durch diesen Mechanismus des Urgehirns, des Amygdala in dieses Negativ-Sehen, Gefahren-Sehen, weil das ja immer denkt, better safe than sorry. Und es hat uns ja auch das Überleben in der Frühzeit gesichert. Aber was du beschreibst, Christian, ist ja der Mindset of Abundance. Also dieser Chancenblick, Möglichkeit, Sinn, der Blick für Fülle. Und aus dieser Fülle auch sozusagen aus diesem Neuen, was du dann siehst, du veränderst ja tatsächlich den Blick, Sinn zu schaffen. Und eigentlich, wir haben uns das mal so überlegt, wir erliegen ja immer diesem Bestätigungsfehler, aber der Bestätigungsfehler kann uns ja eigentlich sehr positiv helfen. Denn das Gehirn, das haben wir schon häufig gesagt, sucht ja nicht nach Informationen, sondern sucht nach Bestätigung dessen, was es schon kennt. Und es kann eben, und das ist das Tolle bei dem Gehirn, es kann eben nicht unterscheiden zwischen realen Erinnerungen oder nur vorgestellten, also imaginierten Erinnerungen. Wenn ich mir also positive Vorstellungen mache oder positive Erinnerungen imaginiere, erkennt das Gehirn das in der Realität tatsächlich auch wieder und richtet die Aufmerksamkeit darauf. Also es ist eigentlich dieser Bestätigungsfehler im positiven Sinne ist eigentlich ein super hilfreicher Mechanismus. Ja, diese Frage, worauf legen wir denn unsere Aufmerksamkeit? Weil es ist ja genau der Punkt, wenn man im Prinzip sagt, man legt die Aufmerksamkeit auf Sachen, die man nicht kontrollieren kann. Rezession und Covid und all die Sachen, die im Prinzip passieren, aber man kann sie nicht kontrollieren, da wird mir ja richtig ängstlich. Weil im Prinzip, dann ist ja im Prinzip die Welt wirklich richtig, richtig hart. Weil ja im Prinzip viele dieser unkontrollierbaren Sachen sind einfach nicht schön und bauen ja auch sehr viel Druck auf. Und wenn man dann aber sagt, okay, was sind denn die Sachen, die ich hier direkt kontrollieren kann? Wenn ich jetzt die Brauerei bin und da ist eine riesige Rezension, können wir jetzt unser Geschäftsmodell umdenken und wollten wir das sowieso die letzten zehn Jahre machen und jetzt haben wir endlich einen Grund, mal das zu machen. So Sachen, wo im Prinzip eben, wie wir auch vorhin gesagt haben, es geht nicht darum zu sagen, wir können jetzt nur überlegen, dass es schon gut wird und dann wird alles gut. Es wird wahrscheinlich erst mal nicht gut. Also es ist wahrscheinlich erst mal eine schwierige Situation. Aber dadurch, dass man im Prinzip dann das eher als Wendepunkt sieht, als hier ist das Ende und alles ist schlecht gelaufen, da gibt es diese tolle, im Englischen diese Idee, if you want a happy ending, don't stop the story too early. Also diese Idee, jemand bricht ab mit euch vor ein paar Wochen, wo ihr gedacht habt, Mensch, wir verstehen uns so gut und jetzt, das fühlt sich ja erst mal nicht gut an. Ich dachte, mit der Person würde ich lange zusammen sein und so weiter. Aber dann ein paar Monate später trefft ihr die wahre Liebe eures Lebens. Dann musste ja dieser Abbruch vorher erst mal passieren, damit man eben die neue Person hätte kennenlernen können. Aber wenn man jetzt aufgehört hätte nach dem Abbruch und dann sich zu Hause eingesiedelt hätte und nie mehr rausgegangen wäre, hätte man ja auch die neue Person nicht mehr kennenlernen können. Also diese Idee, wenn man sich definieren lässt durch die Situation, dann bleibt die Situation, genau zu eurem Punkt ja auch, dann bleibt die Situation halt so. Versus wenn man sich überlegt, wie kann ich jetzt die Definition von der Situation übernehmen, dann im Prinzip findet man halt vielleicht dann doch die bestmögliche Sache. Und das ist halt, was wir viel bei Führungskräften sehen, dass oftmals die solche Wendepunkte im Leben ja haben, wo, hey, wir waren fast bankrott, aber dann haben wir endlich mal gesagt, wir schließen endlich mal das Unternehmen und machen endlich mal ein Neues, was wirklich skalierbar ist und so weiter und so weiter. Das erinnert so ein bisschen an den Growth-Mindset und den Fixed-Mindset. Wie gucke ich auf die Welt, oder? Es sind definitiv Aspekte, also auch vor allem die Idee, ich muss nicht die Person sein, die ich denke, die ich gerade bin. Also so diese Idee, wenn ich was nicht kann, dann kann ich es nicht mehr lernen. Nee. Nee, du kannst schon und du hast mehr Kontrolle, als du vielleicht denkst, dass du hast. Und du kannst auch damit wachsen. Und ich denke, das ist schon ein riesiger Aspekt. Und gleichzeitig glaube ich halt, wenn man dann im Prinzip den Schritt weitergeht und sagt, wie kann ich denn jetzt auch die Umfelder schaffen, die es mir dann auch wirklich ermöglichen, mit diesem Mindset auch weiterzukommen. Und darum geht es halt auch vor allem mit diesem Serendipity-Mindset, zu sagen, wie kann ich es jetzt wahrscheinlicher machen, dass, wenn ich wachse, wenn ich im Prinzip weiter in der Welt gehe, dass mir auch so viele Sachen, die gut sind, passieren, wie es möglich ist. Ja, und es geht ja auch so ein bisschen auf deinen Punkt von Ausdauer eben, wie du sagtest, die Geschichte, man darf nicht zu früh aufhören. Das ist ja so, auch bei dem Growth Mindset dieser Gedanke, wenn etwas noch nicht gelingt, dann gelingt es uns noch nicht. Also dieses Not-yet-Thinking nach dem Motto, ich lasse mich eben, wie gesagt, nicht von einem Misserfolg kurzfristig entmutigen, sondern ich versuche, das eben als Lernmöglichkeit zu nutzen und weiterzugehen. Und ich glaube, das ist auch dieser Punkt, wo du sagst, Ausdauer spielt eine große Rolle. Und natürlich ist in dem Sinne auch so ein bisschen ein glücklicher Zufall in der Frage des Timings oder der Durchhaltefähigkeit. Genau, und da ist halt ja auch, wenn man das auf Unternehmensebene sieht, wie oft man dann eben auch es wahrscheinlicher machen kann, dass solche Sachen passieren, je nachdem, welche Kultur man schafft. Wenn man eben eine Kultur der psychologischen Sicherheit schafft, wird es wahrscheinlicher, dass selbst wenn man nicht genau weiß, wann es passiert, wie es passiert, aber man weiß, dass es irgendwann passiert. Und ich denke, das ist ja das Spannende, genau zu deinem Punkt. Man weiß dann nicht, wann man die nächste Beziehung hat, aber man weiß, es ist wahrscheinlich, dass die nächste Beziehung passieren wird. Also das erste Element, wir hatten das ja mal so genannt, den Mindset wählen. Oder so wie wir das jetzt ja auch diskutiert haben, eigentlich, das erste Element beginnt mit deiner ganz persönlichen Entscheidung, was ich sehen will. Worauf richte ich meinen Fokus? Das ist eigentlich das Entscheidende. Und das wird dann wie so zu einer gewissen Eigendynamik, wenn ich die entsprechende Ausdauer habe. Das zweite Element, und das finde ich natürlich wieder super spannend, und ich nenne das mal so, das sind diese selbstlimitierenden oder selbstbegrenzenden Glaubenssätze. Oder im Englischen nennen wir das immer Self-Limiting Biases. Und du beschreibst das so, Christian, dass du sagst, du musst eigentlich deine Self-Limiting Biases umformulieren, umframen, um auch deinen Blick wieder zu weiten und überhaupt diese innere Offenheit zu haben. Genau, und da ist es ja oftmals auch, also wenn man sich überlegt im Leben, wann hätte denn Serendipität passieren können? Wann hätte denn was zufällig Positives passieren können? Aber es ist nicht passiert, weil ich mich selber zurückgehalten habe. Also zum Beispiel war ich in einem Meeting, hatte diese tolle, unerwartete Idee, aber habe sie nicht ins Meeting reingebracht, weil ich Angst vor Zurückweisung hatte, Hochstapler-Syndrom hatte, was auch immer es ist. Und dann geht man auf so ein Meeting raus und denkt sich, ach, was hätte passieren können, hätte ich die Idee mit reingebracht. Oder man ist auf einer Konferenz, rennt in diese tolle Speakerin rein, mit der man immer schon sprechen wollte, aber spricht dann doch nicht mit ihr, geht raus und denkt sich, ach, was hätte passieren können, hätte ich. Und da ist halt das Spannende, wenn man sich überlegt, wann in meinem Leben waren denn so die Punkte, wo es hätte passieren können, und dann man das Muster dahinter versteht, dann ist es vielleicht beispielsweise das Muster Angst vor Zurückweisung. Und wenn man das dann weiß, dann kann man ja daran arbeiten. Also, was mir beispielsweise viel geholfen hat, war, wenn man so ein bisschen Angst vor Zurückweisung hat, einfach diese Umformulierung weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, also diese Zurückweisung an sich, der Stich der Zurückweisung, zu, ja, aber was ist eigentlich das Schlimmste, wenn ich es nicht mache? Dieses Bereuen, wenn man tagelang rumläuft und sich überlegt, was hätte denn passieren können. Und wenn man diese Umformulierung vornimmt, so dieses Weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, zu, was ist denn eigentlich das Schlimmste, wenn ich es nicht mache? Das ist eben dann so ein Bias for Action, dass man im Prinzip so mehr und mehr sieht, hey, eigentlich habe ich mehr zu verlieren, wenn ich es nicht mache. Und philosophisch gesehen, das ist ja sehr so diese Mark Twain-Idee, dass wir oftmals die Sachen mehr bereuen, die wir nicht getan haben im Leben. Und als jemand, der bisher zwei NATO-Erfahrungen hatte, kann ich komplett bestätigen, dass es dann eher darum geht, Mensch, ich wünschte, ich hätte noch das und das und das gemacht. Und ich denke, das ist halt so, was für mich auch so dieses Brennen und diese Dringlichkeit auch, reinbringt, so diese Idee, Mensch, wir haben vielleicht gar nicht so viel Zeit, wie wir denken, wie wir haben hier auf der Welt, weil leider viele Sachen passieren können, die wir eben nicht kontrollieren können. Deswegen, warum fokussieren wir jetzt nicht schon auf die Sachen, die uns wirklich sinnstiftend sind? Ja, du hast gerade als Stichwort das Hochstapler-Syndrom genannt. Mal ganz kurz erklären, das Imposter-Syndrom im Englischen, das bedeutet eigentlich, I'm feeling like a fake. Also, dass du dich eigentlich an der falschen Stelle fühlst und eigentlich Überschätzt, völlig überschätzt und dich gar nicht traust, den Mund aufzumachen, so nach dem Motto, oh Gott, hoffentlich entdeckt hier keiner, dass ich doch nicht so der Experte bin oder dass ich das gar nicht alles weiß. Aber da gibt es ja zumindest in der Hinsicht eine positive Beruhigung, weil es gibt so viele bekannte Persönlichkeiten, die dieses Imposter-Syndrom haben, die darunter leiden. Einer der bekanntesten ist sicherlich Michelle Obama. She is always feeling like a fake und hat auch immer gedacht, oh Gott, hoffentlich entdeckt das kein Mensch. Also, dieses sich selbst klein machen, sich das Einreden, dass die Stimme auch nicht zählt, dass man gar nicht gehört werden will. Dass man nicht gut genug ist. Das ist weit verbreitet. Also, da können wir beruhigen. Ich glaube, da müssen ganz viele drüber hinweg. Das ist so eine breite Krankheit in der Gesellschaft, glaube ich. Und was ich viel sehe bei Seminaren, wo man Führungskräfte hat, die sich vertrauen, also vor allem in guten Communities, wenn man fragt, wer von euch hat Hochstab oder Imposter-Syndrom, wer von euch hat Angst vor Zurückweisung, da gehen 60, 70, 80 Prozent der Hände hoch. Und das ist ja auch genau der Punkt, dass man dann eben, die Kernfrage ist ja, was macht man damit? Also lässt man sich davon dann im Prinzip runterdrücken oder sagt man, Mensch, dann arbeite ich halt härter dran, damit eben im Prinzip ich auch hier das irgendwie hinkriegen kann. Und ich denke, dass viele Menschen ja auch, vor allem, wenn sie sehr motiviert sind und sehr ambitioniert sind, so schnell wachsen, dass es ja im Prinzip unmöglich ist, alles zu wissen, alles zu können, was eine Position auch möchte. Und das ist ja das Spannende, dass dann halt oftmals ja auch natürlich das Gefühl, selbst wenn es jetzt nicht das Imposter-Syndrom per Definition ist, aber eher so die Idee auch, Mensch, ich kann halt nicht alles wissen, weil ich bin gerade erst neu im Job und dann wieder im neuen Job und wieder im neuen Job. Wenn man davon wegkommt, Pixar macht es ja, hat es immer ganz gut gemacht, dieses Filmstudio, die so Finding Nemo und so weiter produziert haben, so diese Idee, es geht nicht um Perfektion, es geht um Exzellenz. Wenn man probiert, perfekt zu sein, verschließt man sich ja vielen Sachen, dann verschließt man sich, Risiko zu gehen, man verschließt sich, neue Sachen, die nicht gut gelaufen sind, als positiv auch potenziell zu sehen. Und bei denen war es halt so, dass die beispielsweise, wenn der Gründer ins Office gekommen ist und wir haben ein Meeting angefangen, hat der Sachen gesagt wie, hey, am Anfang haben wir alle unsere Filme als schlechte Ideen angefangen und jetzt fangen wir das Meeting an. Und der limitiert das Risiko, dass man im Prinzip abgeschossen werden kann. Und darum geht es ja, dass man im Prinzip Leuten das Gefühl gibt, du musst nicht perfekt sein, ich will, dass du exzellent bist, ich will nicht, dass du keine Fehler machst, die man vermeiden kann, aber wir wissen, dass keiner ist perfekt und deswegen nehmen wir das in unsere Planung auch mit auf. Ja, das ist die perfekte Beschreibung der psychologischen Sicherheit, die du ja als Führungskraft schaffen kannst, damit Menschen sich trauen, offen zu sprechen und auch sozusagen diese innere Hürde zu überwinden und wirklich einen Beitrag zu leisten. Sehr gut formuliert oder sehr gut beschrieben. Also ich denke ja immer, also wir nennen das so innere Dialoge oder diese inneren Saboteure, diese Stimmen, die dir immer irgendwie was Blödes einflüstern, so nach dem Motto, ich bin nicht gut genug oder mich will hier gerade keiner hören oder dergleichen. Das ist ja, wenn ich das höre und das kennt ja jeder von uns, dann kommt mir tatsächlich, weil du, habe ich mir gerade noch mal notiert, weil du vorher Viktor Frankl genannt hast, kommt mir ein sensationeller Satz von Viktor Frankl in den Kopf, den ich immer wieder für mich in Erinnerung rufe, du darfst dir auch nicht alles glauben. Du darfst dir auch nicht alles glauben. Also diese inneren Stimmen, die dich da irgendwie von weghalten und die dich limitieren, die dich einengen, ja, das sind halt nur Stimmen, aber die kannst du auch mal beiseite schieben. Ja, absolut. Die inneren Stimmen genau und auch die äußeren Stimmen, weil das ist ja auch oftmals, wenn man Leute um sich rum hat, die genau solche Sätze im Prinzip vielleicht auch, wenn man so aufgewachsen ist, du kannst nicht das, du kannst sowieso nicht das. Also quasi viele von uns, also ich Gott sei Dank nicht, aber viele von uns sind ja noch aufgewachsen mit Eltern, die vielleicht so fixed mindset und du wirst sowas nie lernen können oder das bist ja du nicht und so weiter. Und ich denke, wenn man so aufgewachsen ist, ist ja vor allem dann auch die Frage, wie viel hört man noch eben den Stimmen versus anderen Stimmen zu und das ist ja auch das Spannende, wo es dann zu Communities geht. Ja, genau und wo man eben im Prinzip einfach lernen muss, diese inneren Stimmen einfach zu überschreiben. Also mit im Grunde, wenn die Stimmen laut werden, im Grunde mit einer anderen Logik zu antworten, die lauter sind. Und ich glaube, das kann man einfach lernen und kultivieren. Ja, der erste Schritt ist sich diese Glaubenssätze, denen man unbewusst immer noch folgt, die man wirklich aus den frühesten Zeiten, aus der frühesten Kindheit mitbekommen hat, durch direkte Sätze oder indirektes Verhalten, dass man die sich bewusst macht und dann ganz bewusst auch in Situationen spürt und anfängt, sich ja diese zu überschreiben. So würde es Stefanie Stahl nennen. Man überschreibt diese Glaubenssätze. Also der erste Punkt war das Mindset wählen. Sozusagen, wie gucke ich auf die Welt? Der zweite Punkt war, sich der selbst begrenzenden inneren Glaubenssätze bewusst werden. Und das dritte Element, um die Kompetenz, die Zufallskompetenz zu kultivieren, ist Neugier praktizieren oder Neugier kultivieren. Genau. Und da gibt es ja diesen wunderbaren Begriff des Beginners Minds oder Anfängergeist und diesen schönen Satz, im Anfängergeist gibt es viele Möglichkeiten, im Expertengeist nur wenige. Also es geht ja auch darum, bei der Neugier diesen Anfängergeist zu kultivieren, richtig? Ja, und ich denke, da kann man viel lernen auch von Kindern. Also beispielsweise, wenn man Kinder fragt, wie oft findet ihr Geld auf der Straße? Ziemlich häufig, weil die auch wirklich ja nicht davon ausgehen, dass es nicht da ist. Wenn man im Prinzip vor allem Leute, die ja gut in ihren Bereichen sind, die dann so eine funktionale Fixierung aufbauen, also diese Idee, dass man dann ein bisschen einen Tunnelblick bekommt, weil man halt so denkt, okay, ich weiß jetzt, was läuft, ich weiß jetzt, was gut läuft und jetzt so ist es halt und man dann vielleicht die ganz guten Dinge auch gar nicht mehr so mitkriegt. Und da, ich fand es immer ganz interessant, ich hatte einen Kollegen in London damals an der Uni, der meinte damals, Christian, ich mag dich, ich mag deine Forschung, aber wozu brauche ich denn mehr Serendipität? Ich habe doch schöne Familie, habe doch einen tollen Job, wozu brauche ich denn das eigentlich? Und dann haben wir einen Deal gemacht und haben gesagt, okay, pass auf, mach einfach mal ein paar Sachen anders. Also beispielsweise setzen, paar Haken, wir reden da gleich noch drüber, wie das geht oder frag einfach mal Fragen anders, anstatt dass du fragst, was machst du so beruflich? Frag mal, was machst du gerne? Also Fragen, die im Prinzip so ein bisschen ein größeres Möglichkeitsfeld öffnen von auch sinnstiftenden Beziehungen, sinnstiftenden Konversationen und so weiter. Und dann kommt zurück in ein paar Wochen und dann reden wir nochmal. Der kommt zurück nach ein paar Wochen und meint, Christian, ich wusste gar nicht, dass das Leben so joyful sein kann. Und das war für mich, hat es schön enkapsuliert, so diese Idee, wenn du so festgefahren bist in deinem Denken, vor allem was du denkst, was gut ist und was dein Leben ja sowieso ist und du brauchst den nächsten Expozit, dann weißt du ja gar nicht, was für tolle Sachen es da eigentlich draußen gibt. Und ich denke, so ein bisschen Beginner's Mind, so ein bisschen ab und zu sich auf neue Sachen einlassen, finde ich immer auch schön, weil es im Prinzip auch so ein bisschen die Lebensfreude zurückgibt. Vor allem, wenn man vielleicht so ein bisschen im Autopilot die ganze Zeit ist. Ja, das Spielerische eigentlich, das Spielerische, Experimentierende und Offene. Ja, Little Prince, das Buch, kann ich da auch hoch empfehlen. Einfach so, dieser kleine Junge, der dann rumläuft und einfach nur die ganze Zeit fragt, warum. Weil wenn man wieder anfängt, warum zu fragen, dann sieht man ja eigentlich auch, dass sehr viele Sachen, die man als gegeben nimmt, vielleicht gar nicht so gegeben sein müssen. Der Schritt von Kindern und vom Little Prince zu den CEOs ist ja ein ganz kleiner, weil ich wollte sehr gerne nochmal auf deine CEO-Studie zurückkommen. Und das fand ich ganz spannend, dass du gesagt hast, die erfolgreichsten CEOs fragen immer, warum. Also, die sind wirklich im Kern neugierig. Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, also das war wirklich eine der Sachen, die am meisten dabei rauskam. Also ein Kernmuster war, dass sie unglaublich viel Fragen, warum, oder unglaublich viel auch Annahmen in Frage stellen. Also die würden beispielsweise, die gehen auf einen Fabrikbesuch und dann sagen sie einfach, warum läuft denn das Band hier eigentlich rechts rum und nicht links rum, obwohl links eigentlich viel kürzer sein könnte. So Sachen, wo man einfach direkt Sachen in Frage stellt und dadurch, dass man im Prinzip ein paar Annahmen in Frage stellt, man dann eben in dem Falle genau Kosten reduziert oder Innovationen eher sieht und so weiter, aber auch grundsätzlich dann vor allem Probleme eher sieht. Und das ist ja im Prinzip was, ich meine, wie gesagt, das ist ein Unternehmen so, wenn man einfach mal warum fragt, dann sieht man vielleicht, dass viele der Sachen einfacher laufen könnten als sie laufen, aber man hat sich halt einfach mal irgendwann dran gewöhnt. Das sieht man ja bei Meetings. Man nimmt ja dann an, okay, der ganze Kalender ist voll und all die Meetings haben schon irgendwie einen Sinn, aber wenn man dann mal zurückgeht, und das ist ja ein Trend hier gerade, dass man einfach sagt, mach ein Meeting Reset, also lösche alle Meetings von deinem Kalender und nimm nur noch die rein, die absolut sinnvoll sind und dass man dann auf einmal merkt, ja, viele von diesen Meetings sind entweder zu lang oder sie haben ja sowieso keinen Sinn gehabt, weil es sind 20 Leute in einem Raum und 10 davon müssen eigentlich gar nicht hier sein und so Sachen, wo im Prinzip ja die Frage dann wirklich aufkommt, wenn man einfach mal in Frage stellt, warum gibt es denn all die Sachen hier, die wir haben, dass man dann sieht, okay, das hat halt mal einer vor 20 Jahren so gemacht, aber vielleicht könnte es jetzt auch anders gemacht werden. Ja, also einfach mal wirklich die Routinen hinterfragen, die den Alltag prägen. Also wenn wir das sehen, also es geht vor allen Dingen darum, die Neugier zu kultivieren und immer nach dem Warum zu fragen, aber wenn ich mir das jetzt so als Führungskraft vorstelle, ist es natürlich, wenn ich auf diese Routinen verzichte oder auf solche Routinen in Frage stelle, das ist natürlich auch anstrengend. Also das kann man ja eigentlich nicht dauernd machen, das kostet ja Energie und positiver Zufall, der zeigt sich ja zunächst erstmal nicht offensichtlich. Also die Frage ist so ein bisschen, finde ich, wie kann man eigentlich so einen Blick entwickeln, dass man sagt, wie kann ich eigentlich Signal from the Noise auseinander dividieren? Also wo lohnt es sich Probebohrungen anzusetzen und wo tendenziell weniger? Gibt es da irgendwie sowas wie eine Faustregel oder irgendeine Idee dazu? Wenn man sagt, es kostet Energie, ist ja das Interessante, also nehmen wir mal den CEO, der auf einen Fabrikbesuch geht und der dann einfach, der ja sowieso mit Leuten da spricht, und oftmals, stellt euch vor, ihr habt einen, der nicht neugierig ist, der läuft dann halt für 20 Minuten rum und redet über das Wetter. Ach ja, ist ja schön, dass die Sonne hier ist, ach ist ja schön, dass hier alles gut aussieht, ach ist schön, okay, sehen wir uns nächste Woche. Versus wenn du einfach sagst, ja gut, hey, ist ja interessant, es scheint ja toll zu sein, was ihr hier macht und so weiter. Eine kleine Sache hier, wollt nur mal kurz aus wissen, warum macht ihr es so rum und so weiter? Ah ja, ist ja interessant, da können wir ein bisschen was machen. Also der Punkt ist ja der, es kostet sich weder mehr Zeit, noch kostet es sich irgendwie was anderes, sondern es ist einfach was, wo man Beobachtungen aufnimmt und dann mit in Konversationen mit reinnimmt. Und darum geht es ja im Prinzip, zu sagen, es geht nicht darum, anzuecken oder irgendwie Menschen in Frage zu stellen, sondern es geht eher darum, zu sagen, okay, was fällt mir denn hier auf in der Situation und wie artikuliere ich das dann auch so in einem Weg, der vielleicht ja auch verbindend sein kann? Dass man sagt, hey, unser neues Projekt ist jetzt, dass wir bei euch ausprobieren, wie das Band auch links rum laufen kann und dann werden wir es in allen 20 Betriebsstellen so machen und dann seid ihr der Innovationsleader, weil es bei euch am ersten Mal geklappt hat. Also das kann man ja auch sehr positiv dann formulieren und ich denke, darum geht es ja auch, dass oftmals diese CEOs auch sehr positive Menschen sind, die dann Leute mitziehen versus sagen, ach, ihr seid ja so blöd, dass ihr es andersrum laufen lasst. Euer Fehler. Ja, es geht um positive Energie in dem Zusammenhang auch, genau, ja. Also das sind die drei Grundhaltungen, bewusst den Mindset wählen, innere Saboteure in den Griff, kriegen und die Neugier kultivieren und damit haben wir ja eigentlich eine gute Basis gelegt. Also das waren für mich jetzt noch alle Punkte, die sich ums Sehen drehen und damit trainiere ich ja eigentlich auch schon, ich sag mal jetzt, neue Routinen oder neue Verknüpfungen, neue Muskeln im Gehirn und damit hilft mir dann ja auch wieder die Neuroplastizität, dass ich so neue Pfade ausbilde im Gehirn raus aus den alten Routinen. Jetzt haben wir bisher auf das Sehen geguckt und wir würden gerne im nächsten Schritt auf das Sehen gucken. Mein Gott, das ist aber auch nah aneinander, oder? Zumindest akustisch, ja. Genau, akustisch in jedem Fall. Also insofern die dritte Frage, die wir uns stellen möchten, was kann jeder ganz praktisch tun, um Serendipität zu kultivieren? Wie können wir den Zufall nutzen? Worauf sollten wir achten? Und da hast du vorhin ja schon das Stichwort genannt. Die erste Aufgabe für uns alle wäre doch eigentlich, Serendipitätsauslöser zu schaffen. Genau, und da geht es eben darum, dass ja oftmals, also wir reden ja über eine Wahrscheinlichkeitsfunktion. Je wahrscheinlicher ich es mache, dass was Positives passieren kann, wie können wir das wahrscheinlicher machen? Und indem wir so ein Serendipitätsfeld oder so einen Möglichkeitsraum auch ermöglichen. Und da ist meine Lieblingsstrategie ist die Hakenstrategie. Dass man sagt, wie kann man es wahrscheinlicher machen, dass die Person, mit der man redet, irgendwelche Überschneidungen mit einem findet. Und da bin ich ein riesiger Fan, dass man sich einfach überlegt, okay, was sind so zwei, drei Sachen in meinem Leben, die mir gerade wichtig sind und die ich gerne in Konversationen mit reinbauen möchte. Also beispielsweise, wenn mich jemand fragt, was machst du so beruflich? Sag ich, hey, hab gerade ein Buch über Zufall geschrieben, aber was mich gerade wirklich interessiert, ist Kindererziehung, weil ich eine 18-monatige Tochter habe, wo ich gerade so viel lerne, dass ich da absolut am Lernen bin. Und dann kommt halt oftmals, ach, so ein Zufall, wir hatten auch gerade ein Kind, lass uns doch mal hier zum Spielplatz zusammengehen. Oder, ach, so ein Zufall, ich hab auch gerade ein Buch geschrieben, lass uns doch mal hier überlegen, wie wir da was zusammen machen können und so weiter. Und der Punkt ist der, dass man die Haken ja so wählen kann, was sich für einen selbst authentisch anfühlt und was sich für einen Kontext authentisch anfühlt. Also in Hamburg würde man wahrscheinlich einen Haken setzen und dann in New York 20 Haken. Also da kommt es ja drauf an, wo man ist, aber dass im Prinzip es darum geht, wie kann ich anderen die Möglichkeit geben, das auszuwählen, was sie am spannendsten finden, versus mir nur eine Sache zu pushen und dann geht mein Autopilot. Das ist ja im Prinzip so eine Strategie, Verbindungsmöglichkeiten zu schaffen. Also das ist, wir haben das früher auch ganz anders betrieben, als wir es jetzt tun. Früher haben wir uns auch immer in so ein total enges, professionelles Korsett pressen lassen und waren eigentlich nur Rolle und haben eigentlich nicht über uns als Person gesprochen. Mittlerweile ist es aber so, dass wir auch viel offener damit umgehen, zu sagen, wir sprechen über unsere Hunde, wo wir leben, was wir früher gemacht haben, was uns besonders begeistert und damit schafft man halt eine ganz andere Connectivity eigentlich zu anderen Menschen und ganz andere Möglichkeiten von Verknüpfung und Überschneidung. Ja, es geht im Grunde ja darum, so eine Verbindung von Mensch zu Mensch zu schaffen und sich nicht selbst auf so ein vermeintlich perfektes, professionelles Bild zu verengen. Das haben wir ja tatsächlich selbst gemacht. Da haben wir uns gar nicht reindrängen lassen. Das haben wir gedacht, das müssten wir, aber das haben wir schon lange abgelegt. Also so Brücken der Gemeinsamkeit schaffen, weil wir haben ja eigentlich alle so Leidenschaften und Neugierden und Träume und Ängste. Und ich meine, ich glaube da, ganz ehrlich, ich glaube Corona hat da nochmal so einen Schub gegeben, dass wir sehr viel persönlicher miteinander umgehen, auch im professionellen Kontext. Genau. Und ich denke, das lässt sich ja auch sehr schön mit so der Idee von Verwundbarkeit verknüpfen, weil im Prinzip, wenn man ein Event hat oder wenn man was hat, was alle ähnlich erfahren haben oder natürlich ganz komplett andere Auswirkungen. Also ich hatte beispielsweise Studis hier, die während Covid im Miami Beach House saßen und andere Studis, die in Queens mit zehn Verwandten auf 50 Quadratmetern. Also da gibt es natürlich ganz verschiedene Auswirkungen. Aber wenn man ein ähnliches Erlebnis hatte, was auf einmal so ein Schock war, dass es dann natürlich auch einem ermöglicht zu sagen, hey, wir können jetzt anders uns verknüpfen und sagen, Mensch, wie bist denn du durch Covid gekommen? Wie bist du damit umgegangen? Einfach Sachen, wo wir dann ja auch eine riesige Gemeinsamkeit haben als Gemeinschaft, dass wir da durchgegangen sind. Und ich denke, das ist halt genau der Punkt. Also ich finde es immer spannend, ja, zu überlegen, was ist denn, was fühlt sich denn für mich an, dass ich teilen möchte, was sich authentisch anfühlt, was nicht so Oversharing ist, sondern was so ein bisschen Verwundbarkeit zulässt, aber eben auch nicht so, hey, ich erzähle dir jetzt meine Lebensgeschichte und will, dass du dann direkt da mein Psychiater wirst, sondern wirklich so diese Balance finden. Und ich denke, das ist ja das Tolle, was uns das Leben ermöglicht, dass wir das ein bisschen ausprobieren können und gucken können, was fühlt sich denn hier so an, als was für mich authentisch ist und vor allem, wie will ich Konversationen haben? Wenn ich auf einem Event bin, will ich eine halbe Stunde einfach nur über Job reden oder will ich irgendwie auch gucken, okay, vielleicht haben wir beide irgendwie eine Erfahrung gemacht von Transition und wir gucken gerade beide unsere professionelle Identität zu finden. Dann lass uns doch darüber reden. Ist doch auch super spannend. Ja, also einmal die Seriendepiditätsauslöser oder wie du so schön sagst, die Hakenstrategie, um wirklich, also ich nenne das jetzt mal, Angebote zu machen, die jenseits des professionellen Kontextes liegen. Und das Zweite, und das finde ich genauso wichtig, ist das Thema Verwundbarkeit. Also auch die Verwundbarkeit durchaus zu zeigen. Und das ist in der professionellen Welt ja wirklich schwierig, weil wir alle so trainiert sind im Impression Management. Ja, wir wollen alle irgendwie exzellent dastehen. Wir wollen uns von der besten Seite zeigen, möglichst auch als Know-it-all. Und das ist tatsächlich, sozusagen, es baut ja ganz andere Brücken und öffnet ganz andere Türen, wenn ich eine andere Form des Dialogs wähle. Genau. Und ich denke, das ist sehr das Spannende, dass wir das auf einmal sehen, wir haben ja eigentlich viel mehr gemeinsam mit anderen, als wir es gedacht haben. Ja, dann bist du vielleicht irgendwie im Fischerdorf und sprichst mit der Fischerin und wenn du sie nur fragst, was machst denn du so beruflich? Dann sagt sie ja, ich bin Fischerin. Und dann sagst du ja, was haben wir denn gemeinsam? Aber wenn du was machst, fragst du ja, was machst denn du gerne? Ja, ich bin gerne auf dem Meer, weil die Endlosigkeit des Meeres mir das Gefühl gibt, dass das Leben und so weiter und so weiter. Dann sagst du ja, Mensch, hier, ich bin auch Philosoph, lass uns doch mal über Philosophie reden. Oder also so Sachen, wo man dann auf einmal realisiert, ja, wir haben ja eigentlich viel mehr gemeinsam, wenn wir ein bisschen darüber sprechen, was uns so wirklich bewegt versus die Sachen, die halt irgendwie genau unsere Funktionen in der Gesellschaft sind, aber die eigentlich wenig darüber aussagen, was uns eigentlich wirklich zusammenbringen könnte. Ich schaue da gerade noch mal so ein bisschen als überzeugter Introvert drauf, also als Introvertierter. Für Introvertierte ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil wir ja immer so ein bisschen eher scheu sind und so instinktiv eigentlich so dieses Sharing eher meiden. Haben Extrovertierte eine höhere Chance aus deiner Sicht da Fortschritte zu machen auf der Ecke oder ist es unabhängig davon, ob du jetzt introvertiert oder extrovertiert bist? Ich denke, das sind drei Sachen, die interessant sind. Eine ist, dass ja, ich bin auch so ein Closet Introvert, also im Prinzip Menschen denken immer, ich bin sehr extrovertiert, weil hier eine Rede und so und kein Problem, aber dann brauche ich drei Stunden, um wieder Energie aufzutanken. Kennen wir. Drei Tage. Und deswegen, also ähnlich wie bei euch dann wahrscheinlich auch, als Introvertierter probiert man halt sich zu überlegen, wie kann man in der Welt von Extrovertierten überleben, weil ja im Prinzip jedes Event, jeder Job oder fast jeder Job auch so ein bisschen darauf ankommt, kann man mit Leuten umgehen, kann man mit Leuten sprechen und das zieht dann natürlich auch potenziell viel Energie, aber da sind eben drei Sachen. Eine Sache ist, dass ja oftmals Serendipität von ruhigen Quellen kommt, also es kommt ja mit der Auseinandersetzung mit unserem Umfeld, aber nicht nur mit Menschen, also beispielsweise es kommt, man liest ein Buch und hat dann so eine unerwartete Podcast-Idee oder man geht mal eine andere Straße zur Arbeit und sieht dann im Buchladen, Mensch, dieses Buch hier, können wir da vielleicht einen Film draus drehen oder so Sachen, wo man im Prinzip die Augen offen hält, auch mit ruhigen Quellen und das kann natürlich helfen. Zwei, ich bin ein riesiger Fan zu überlegen, wie kann man denn mit Extrovertierten arbeiten, um deren Superpower auch ein bisschen fahren zu lassen, also beispielsweise nehmen wir an, ihr habt gerade einen neuen Podcast, wo ihr dann vielleicht die Leader von Tomorrow noch befragt, jetzt habt ihr die Leader von Today und dann macht ihr einen neuen Podcast Leader of Tomorrow und habt abends ein Dinner mit einem guten Freund von euch, wo irgendwie zehn Leute da sind. Jetzt ist ja der Host im Prinzip die Person, die am meisten mit Leuten sprechen wird. Wenn man da jetzt direkt dann am Anfang zum Haus geht, wenn noch fast keiner da ist und sagt, hey, pass auf, wollt ihr nur kurz erzählen, wir haben hier einen neuen Podcast, nur falls du es irgendwie erwähnen willst. Leute haben ja immer, freuen sich ja immer, wenn sie was Neues zu erzählen haben, das heißt, die Person könnte jetzt rumlaufen und sagen, ja hey, hast du schon gehört, da drüben die zwei, die haben einen neuen Podcast, geh doch mal rüber. Das ist smart. Also im Prinzip die Superpower von Extrovertierten für sich ein bisschen mitnehmen. Genau. Und dann drittens auch wirklich so die Idee, was ich viel auch in Gründungsteams sehe, man hat so den eher Extrovertierten, der rausgeht und so weiter und so weiter und dann den eher Introvertierten, der dann vielleicht ein bisschen auch beim Reflektieren hilft und so weiter. Und ich denke, da kann man ja auch so tolle Teams dann drumherum schaffen. Ich wäre eigentlich von der anderen Seite gekommen. Ich würde sagen, eigentlich haben es Introvertierte leichter und sind eher im Vorteil, weil sie mit einer fragenden Haltung und nicht mit einer Know-it-all-Haltung in die Welt gucken und auf die Welt gucken und weil sie einfach highly reactive sind, auf alles, was drumherum passiert, ob ich ein Buch lese. Du bist ein gutes Beispiel. Ja, ob ich ein Buch lese oder mit jemandem spreche. Also da brusselt sofort mein Gehirn und es springen ganz viele Assoziationen raus. Also man sieht ja fast mehr als Introvertierter. Nur dann der Schritt ins Brücken bauen oder vielleicht ins Doing ist wahrscheinlich schwieriger. Aber die Grundhaltung ist einfacher, um Serendipität zu schaffen, oder? Und vor allem auch, ich denke genau dazu, dass ja oftmals es für Introvertierte dann eben noch mehr Wert hat, wenn man sich vorher schon ein bisschen überlegen kann, welche Fragen man dann bringen kann. Weil das Schlimmste, was hier jemandem passieren kann, der nicht so gerne Interaktionen hat, ist, dass man im Prinzip dann irgendwie jemanden trifft und dann, ach Mensch, was ist die nächste Frage? Jetzt muss ich mir die nächste Frage überlegen und die nächste Frage. Kenn ich. Versus wenn du schon vorher weißt, okay, ich werde ein paar Haken setzen und dann gucke ich einfach mal, in welche Richtung die gehen, aber basierend auf meinen Haken. Das macht es natürlich dann viel einfacher, weil du dann im Prinzip dich schon ein bisschen vorbereiten kannst. Und das Gleiche eben mit, welche Fragen, wenn du dir irgendwie fünf Fragen zurechtlegst, die einfach ein bisschen offener sind, so nach dem Motto, was machst du gerne? Und dann erzählt die die Person, was sie gerne machen und dann nimmst du halt da auf, wo es in eine Richtung geht, die du auch spannend findest. Also ich denke, gerade für Introvertierte wird es glaube ich auch dann spannend. Wir haben den ersten Punkt gehabt, Serendipitätsauslöser schaffen, also Hakenstrategie. Das zweite war die Verwundbarkeit auch zulassen. Und das dritte, und das brauchst du ja eigentlich dafür, deinem inneren Kompass vertrauen. Und das ist ja oftmals das Spannende, dass es ja auch dann ein toller Filter ist, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, dass man weiß, was einem gerade wichtig ist. Also sei es vielleicht so ein Nordstern oder sei es auch einfach nur eine Neugierde, irgendwas, wo man das Gefühl hat, okay, das ist was, was mir gerade wichtig ist oder Werte, dass es dann einfacher macht, auch zu sagen, welche potenzielle Serendipität will ich denn eigentlich nicht. Also beispielsweise, nehmt an, ihr seid so ein Stockbroker, also so ein Trader und ihr kriegt unerwartet, schickt jemand an die falsche E-Mail irgendwelche Insider-Informationen, die euch total helfen könnten. Und ihr könntet morgen eine Aktie kaufen, die garantiert hochgehen wird. Das ist ja dann erstmal theoretisch Serendipität toll, dass du sehr viel Geld verdienen kannst jetzt innerhalb von ein paar Stunden, wenn du damit was machst. Aber wenn du jetzt einen Wertekompass hast, wo du sagst, ich werde keine Sachen machen, die irgendwie hier nicht ganz legit sind, dann wirst du ja nicht darauf eingehen. Und das ist im Prinzip, dass Werte uns da schon sehr helfen, vor allem unser Bauchgefühl ein bisschen dann auch mitzulenken. Wollen wir denn hier diese Serendipität oder wollen wir es nicht? Wie vorhin in dem Kaffeehaus-Beispiel, dass wenn man so die Idee hat, Mensch, die Person, hey, könnte das eine Person sein, die ich daten könnte, aber die Person dann direkt im zweiten Satz sagt, ja, ich habe gerade für die Rechtsradikalen hier gewählt oder so, wo du dann sagst, ja gut, wird wahrscheinlich nichts. Und also im Prinzip so diese Idee, dass Werte vor allem und vor allem eben so non-negotiables, also Werte, die uns extrem am Herzen liegen, ein toller Filter sind, vor allem, wenn wir eben Serendipität nicht wollen. Das ist gut, damit kommen wir ja auch so ein bisschen wieder zu dem Punkt, so dieses, potenziell kannst du ja so einen Overflow von Serendipity haben. Und wie du sagst, diese Werte oder dieser Nordstern helfen uns im Grunde sozusagen, ja, taubes Gestein von potenziell werthaltigem Gestein irgendwie zu unterscheiden und zu sagen, diesen Weg wollen wir weiter runtergehen oder diesen Weg wollen wir vielleicht nicht weiter runtergehen. Aber was ich auch interessant finde, ist, wenn man über diesen inneren Kompass nachdenkt, das hilft einem natürlich, glaube ich, auch, wenn man über das Warum nachdenkt, nicht irgendwie einfach einem Pfad weiter zu folgen. Man ist nicht so verhaftet dem Was, sondern man denkt darüber nach, wie man ist. Also zum Beispiel, als wir in der Corona-Krise damit konfrontiert waren, dass unser Coaching nicht mehr so funktioniert, weil wir Menschen nicht treffen können, ging nicht mehr Face-to-Face, haben wir gesagt, wie können wir denn unseren Purpose oder das, was wir damit erreichen wollen, auf andere Art und Weise erreichen und da in dieser Art und Weise unser Netz auswerfen, eher digital, mit anderen Möglichkeiten spielen. Also dass man im Grunde sich dieser Purpose gibt einem zwar eine grobe Richtung, aber es hilft einem, sich so ein bisschen von dem Detail zu entfernen. Ja, wir haben uns dann dadurch nicht mehr so an das eingespielte Was und Wie geklammert, sondern indem wir Warum gefragt haben, haben wir eigentlich ganz neue Möglichkeiten eröffnet, eine digitale Coaching-Plattform gebaut, etc. Also vor Corona hatten wir keine globalen Klienten, da waren wir nur europäisch unterwegs, heute sind wir in Asien mit unterwegs. Also völlig verrückt, weil wir uns eben voll darauf eingelassen haben, gesagt haben, Mensch, das ist doch spannend. Wir wollen ja unser Warum, was uns innerlich antreibt, was sozusagen unser persönlicher Sinn ist, das wollen wir ja weiterleben und dann müssen wir halt anders denken. Ja, finde ich ein klasse Beispiel auch, weil es auch schön zeigt ja, das ist ja auch, wir sehen das hier sehr viel mit unseren Studis beispielsweise, wenn die sagen, ich will genau diesen Job bei McKinsey. Das ist immer ein bisschen ein Problem, weil das natürlich eine absolute Einengung ist, versus wenn man sagt, hey, ich will mit klasse Leuten arbeiten, ich will High-Level arbeiten, ich will und so weiter und McKinsey ist eine potenzielle, ein potenzieller Weg, das zu machen, aber es gibt 20 andere potenzielle Wege, dahin zu kommen, dass man mit tollen Leuten arbeiten möchte und eben auch genau zu eurem Punkt, dass man A, auf das Warum fokussiert, was einem dann helfen kann, das Wie und das Was zu ändern und gleichzeitig auch vielleicht sogar ein bisschen wegzugehen mit dem Wie oder mit dem Was anzufangen und gar kein Warum zu haben im Endeffekt, was ja oftmals auch der Fall ist, weil man im Prinzip soziale Druck hat oder im Prinzip das Warum vielleicht was ist, was man nie in Frage gestellt hat und ich denke, das ist halt vor allem bei jungen Leuten ja oftmals der Fall, dass es so viel von außen kommt, das ist wichtig, du musst diesen Job hier kriegen, damit du dann toll bist, aber wenn man in Frage stellt, ja, warum will ich denn eigentlich diesen Job, außer irgendwie soziale Akzeptanz, dass man dann vielleicht sieht, vielleicht kann ich diese Akzeptanz auch kriegen auf anderen Wegen und dann im Prinzip kommt man ein bisschen mehr zu dem auch, was ist mir denn eigentlich wichtig und ich denke, das geht halt wieder wirklich zu Viktor Frankl zurück, so dieser Idee, was gibt mir denn wirklich Sinn und wie kann ich den Sinn hier schon reinbauen und vielleicht als kleines Beispiel, was ja oftmals ist, ist, dass man in Jobs ist, wo man vielleicht nicht so das Gefühl hat, man hat so viel Sinn, ja, also ich sehe es bei uns viel, Studis gehen, arbeiten in der Bank für zehn Jahre, um genug Geld und Kontakte zu haben, um dann irgendwie das Sozialunternehmen aufzubauen, was sie schon immer aufbauen wollten und das ist natürlich schade, weil man dann für zehn Jahre das Gefühl hat, ja, hier ist nicht so viel Sinn gerade, aber warum dann nicht beispielsweise sagen, okay, kann ich dieses Unternehmen als Plattform benutzen, um schon mit so einem Sozialunternehmen zu arbeiten, kann ich dann Goldman dazu kriegen, dass sie vielleicht mit weiblichen Unternehmerinnen in Nairobi ein Projekt aufsetzen und dann kann ich via Goldman Sachs direkt so ein Projekt machen und ich denke, darum geht es ja, dass man probiert, vielleicht das Warum auch zu finden in dem Wie, wenn man aus dem Wie oder dem Was gerade nicht rauskommen kann. Ich finde, es ist ein super wichtiger Punkt, wirklich diesen Fokus auf diesen inneren Kompass zu halten und dieses Warum nie zu vergessen, sondern sich wirklich zu sagen, was ist es eigentlich, was mir den Sinn gibt und wie kann ich den in unterschiedlichen Arten und Weisen im täglichen Leben leben und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die einen dann auch in Serendipität treiben kann. Also den inneren Kompass, sich wirklich bewusst zu machen, daran zu arbeiten, das große Warum für sich selbst zu kennen. Und auch gleichzeitig sich den Druck zu nehmen, dass man immer genau alles genau wissen muss, weil ich denke, das ist ja genau, es ist ja sehr viel Druck vor allem auf junge Leute, so finde deine Leidenschaft, finde deinen Purpose und da bin ich halt auch ein riesiger Fan zu sagen, hey, erster Schritt ist auch super, wenn du einfach nur eine Neugierde findest, weil wenn du eine Neugierde findest, wenn du sagst, hey, ich habe mich eigentlich schon immer für Solar interessiert, dass man dann sagen kann, okay, jetzt gehen die Communities rein, wo viele Leute über Solar sprechen, dann findest du vielleicht einen Job da, der dich in die Richtung bringt und dann kannst du ja quasi deine Leidenschaft auch entdecken und ich denke, dass man sich quasi die Möglichkeit gibt, zu sagen, ich muss mir das nicht vorher theoretisch überlegen, was meine Leidenschaft sein könnte, sondern ich begebe mich einfach in Bereiche, wo meine Neugierden sich erfüllen lassen. Ich denke, das nimmt so ein bisschen dann Druck auch vor allem für junge Leute, glaube ich, dass sie direkt immer wissen müssen, was ist denn mein Warum hier gerade? Also, wir haben die Hakenstrategie, das kann man sich gut merken, wir haben Verbundbarkeit zulassen als zweiten Punkt und das dritte, das große Warum oder, man muss es ja nicht gleich so groß zeichnen, die Leidenschaft, die Neugier, was treibt mich innerlich um? Das sind die Trittsteine oder die Aufgaben, wie man sich selbst Serendipität aufbauen kann. Was ist unser Fazit? Ich finde ja, Serendipität ist der eine Begriff, ich finde aber auch diesen Begriff aktives Glück so schön gegenüber blindem Glück, oder? Absolut, also ich finde auch, wenn wir da nochmal drauf schauen, so dieses blinde Glück, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht wirklich um das, was du so aktives Glück bezeichnest, also um die Fähigkeit, aus Zufall Gelegenheiten zu schaffen, die das Leben sinnstiftend machen und eigentlich das Unerwartete aus einer potenziellen Bedrohung in eine Quelle von Möglichkeiten zu verwandeln. Das ist eigentlich im Kern dessen, glaube ich. Und die Frage ist also eigentlich an jeden, wo hat er das schon mal für sich genutzt, gebaut, kultiviert? Also wir kennen das tatsächlich aus vielen, ja, vielen Wendepunkten in unserem Leben. Wir haben für uns mal im Vorfeld drüber nachgedacht. Also, ein wichtiger Punkt war bei uns sicherlich die Kündigung eines Jobs wegen eines Strategiewechsels und einem Umbau in einem Konzern. Und das war die Chance, endlich das zu tun, was wir immer tun wollten, uns selbstständig zu machen. Vor 25 Jahren. Ja, oder dass uns die Wohnung gekündigt wurde. Wegen der Hunde. Wegen der Hunde. Und das war die Chance, jetzt endlich da zu leben, wo wir schon immer leben wollten. Also insofern. Ja, genau. Ein drittes Beispiel fällt uns auch ein, das war der Verlust eines großen Klienten vor vielen Jahren, war die Chance für uns ein tolles, vielfältiges Portfolio von neuen Klienten aufzubauen. Erstmal der Schock, aber eine Riesenchance, ein großes Fenster geöffnet. Also, ist die Frage, wie man drauf guckt. Genau, und insofern sind wir wirklich Serendipity-Gläubige, ohne dass wir vorher den Begriff hatten, muss man fairerweise sagen. Also insofern sind wir sehr dankbar, Christian, dass du uns diesen Begriff geschenkt hast. Das freut mich sehr zu hören, weil das ist ja auch wirklich einer der Kerngründe, dass man sagt, haben wir ein Vokabular, um wirklich auch, wenn man so Sachen intuitiv macht, A, das für sich zu artikulieren, aber eben auch vor allem für andere. Also kann man jetzt eben auch anderen dann, weil es ist ja immer, es ist ja schwierig für einen Manager zu sagen, hey, ich helfe dir glücklicher zu werden, das ist ja sehr abstrakt, aber wenn man sagen kann, hey, wir können ein Mindset und eine Kultur schaffen, um positive Zufälle wahrscheinlicher zu machen und als Teil des Plans zu sehen, ich denke, dann ist man ja auch quasi, das macht es dann auch ein bisschen übertragbarer. Du hast ja so schön formuliert, Christian, ich richte mich auf den Zufall ein. Das finde ich super. Nee, genau, also ich denke, sich auf den Zufall einzurichten und vor allem auch so die Frage eben, und das ist, ich bin ja Philosoph im Herzen quasi und das geht ja sehr zu Goethe zurück. Ich bin damals in Heidelberg aufgewachsen und Goethe hat da ja sehr inspirierend auch immer drüber nachgedacht, Mensch, wenn man Menschen, wenn man Situationen so nimmt, wie sie sein könnten, dann hat man ja diese Potentialität, dann hat man im Prinzip das, was sein könnte und das ist ja im Prinzip, wo es bei der Serendipität darum geht, zu sagen, wenn man eine Situation nur sieht, wie sie sich gerade präsentiert, als Fehler, als was, was schiefgelaufen ist, dann wird es so bleiben, dann wird es die Situation sein. Aber wenn man im Prinzip sieht, Mensch, da könnte ein bisschen mehr drin sein, dann ist es eben, worum es bei der Serendipität gibt, hey, wir können da noch etwas machen und dann im Prinzip, genau wie ihr es so schön formuliert habt, dann wird es unerwartet halt wirklich vom Feind auch zu einer Quelle von Freude, von neuen Sachen, die eben nicht nur bedrohlich sein müssen. Ein perfektes Schlusswort, herzlichen Dank. Das war also unser Podcast über die Frage, wie wir das aktive Glück kultivieren können oder anders, wie wir Zufall für unseren Erfolg nutzen können und dafür danken wir ganz besonders unserem Gast Christian Busch. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert und Sie haben Lust, vielleicht mal ein bisschen damit zu experimentieren und in diese Gedanken vielleicht ein bisschen weiter einzutauchen. sich dem einfach mal auszusetzen, dem möglichen Zufallsglück. Also vielleicht haben Sie auch ähnliche Erfahrungen wie wir und auf alle Fälle freuen wir uns auf Ihr Feedback, Ihre Ideen und Ihre Fragen. Mailen Sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und in der Beschreibung dieses Podcasts. Also herzlichen Dank, lieber Christian. Herzlichen Dank. Das hat wirklich Spaß gemacht. Toll, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich, in Kontakt zu bleiben. Wir uns auch. Wir geben noch einen kleinen Tipp, wenn Sie an diesen Themen weiterarbeiten wollen, innerer Kompass, Purpose, Growth Mindset, haben wir noch eine Idee für Kurzentschlossene. Das packen wir in die Shownotes rein. Unser Leadership-Programm Souverän startet am 20. bis 22. April im Großraum Berlin. Ein Platz ist gerade wieder frei geworden. Vielleicht haben Sie ja Lust dazu. Wie dem auch immer sei, auf alle Fälle sind wir in zwei Wochen wieder bei Ihnen. Und wir freuen uns schon auf Sie und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit viel Freude am Führen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.